Wenn Großeltern ihre Enkelkinder sehen, ist das zweifellos immer etwas ganz Besonderes. Diese Oma hält gerade den Kleinen in der Hand und singt ihm ein rührendes Lied vor. Dann passiert aber etwas wirklich Überraschendes. Das Baby setzt tatsächlich ein und summt mit. Ein wirklich unvergessliches Video, was durch die Hilfe der Mutter entstanden ist. Eine Erinnerung, wirklich für die Ewigkeit. Ein wirklich unvergessliches Video, was durch die Hilfe der Mutter entstanden ist.